Sein ganzes Leben schon verbringt der Texaner Ray Quevasos am Rio Grande. Seine Familie lebt davon, Wochenendhäuser zu vermieten. Von hier aus ist es nur ein Steinwurf nach Mexiko. Von einer Bedrohung durch Flüchtlinge will Quevasos aber nichts wissen. Wir erleben keine Krise an der Grenze. Nein, wirklich nicht. Wie man sehen kann, ist es hier ruhig. Es ist ein friedlicher Ort. Im vergangenen Jahr hat der US-Kongress einer Teilfinanzierung der Grenzmauer zugestimmt, die US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen hatte. Quevasos und andere Familienmitglieder haben bereits Post von der Regierung erhalten. Darin heißt es, dass die Grenzbefestigung auf ihren Grundstücken gebaut werden soll. Ihr Grund und Boden, den ihre Familien seit Generationen bewohnen, würde zu einer Art Niemandsland verkommen. Es geht nicht um den finanziellen Wert. Wir lieben dieses Stück Land. Ein paar Kilometer weiter steht diese 100 Jahre alte Kapelle. Auch sie könnte einer Grenzmauer zum Opfer fallen. Pater Roy will das um jeden Preis verhindern. Diese Mauer wird uns von der Kirche fernhalten und sie wird unseren Nachbarn symbolisieren. Wir haben Angst vor euch und wir denken, dass ihr nichts Gutes vorhabt. Wir möchten nicht, dass ihr hierher kommt. Diese Botschaft ist ziemlich hässlich.